Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo auf meinem Kanal. Ja, wie ihr wisst habe ich vor kurzem die 500 Abonnenten erreicht und dafür erstmal ein ganz fettes Dankeschön. Ich mache YouTube schon fast seit zwei Jahren, also jedenfalls aktiv seit zwei Jahren und ja, 500 Abonnenten sind da schon schön. Auf jeden Fall bedanke ich mich, wie gesagt, ganz recht herzlich dafür und natürlich ist auch ein 500 Abospecial geplant. Ich habe mir überlegt, dass ihr euch das Ganze aussuchen werdet und zwar in Form von einem 1 Stunden Video. Ihr habt dafür drei Spiele zur Auswahl, Minecraft, GTA und Clash of Clans. Ich denke mal, die meisten werden sich sowieso für Minecraft entscheiden, deswegen würde ich sagen, wir spielen alle Spielmodis gemischt. Also voraussichtlich natürlich am meisten Endergames und Bad Wars, denn das sind meine beiden Lieblingsspiele. Natürlich auf GOMHD, falls ihr einen anderen Server habt, wo wir mal drauf spielen sollen, zum Beispiel Get Down oder so oder auf dem Review-Server, da können wir auch mal drauf zocken. Mit dabei wird wahrscheinlich der Kawa, der Niklas oder der Marvin sein. Ich denke mal, einen werde ich mir auf jeden Fall dazu rauspicken und ja. Was ich auch nochmal sagen wollte, die letzte Endergames-Folge ist bei euch anscheinend sehr gut angekommen. Deswegen wird jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall Endergames kommen und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ich auch Quick-SG-Videos machen soll. Das Special wird voraussichtlich diesen Samstag sein. Ich werde dann auch nochmal das in ein paar Videos von mir ansprechen. Und des Weiteren wollte ich noch sagen, dass es mir sehr leid tut, dass ich in letzter Zeit nicht jeden Tag ein Video kriegen konnte. Es ging einfach nicht denn in der Schule. Naja, ihr wisst, wie es ist. Also man hat viel um die Ohren, wenn man 15 ist. Ja, gut. Das wäre es eigentlich schon von dem, was ich sagen wollte. Danke, Leute, für 500 Abonnenten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.